Herzlich Willkommen zu unserem ersten Let's Play. Ich bin Kuhn, das ist Chibi, der Operator. Er hat was Spannendes entdeckt. Genau. Und wir machen uns gleich auf den Weg. Okay. Kommt ihr hinten nach. Bitte? Kommt ihr hinten nach. Und jetzt gehen wir zum Zelten. Ich habe vorhin drei Zelte entdeckt. Und ein Traktor. Dort gehen wir mal hin. Das Latschen werden wir einfach mal überspringen, weil das ist nicht so das Gelbe vom Ei vom Daze. Oh, hier ist ein Haar. Ist der? Deswegen geht es gleich weiter. Mittlerweile sind wir hier irgendwo in der Nähe. Ich habe einen Nein gesehen, irgendwo. Ich habe ihn geschossen. Könnte der sein. Wie gesagt, Chibi, ich gehe mal ein bisschen nach links. Nicht, dass der uns in die Flanke fällt. Schau mal ein bisschen links, ich schaue ein bisschen rechts. Und Mitte. Ich auch. Bewegst du dich? Nee. Ja, ja, ich beweg dich ein bisschen. Sorry. Komisch. Komisch. Der lauert. Ich weiß das, weil ich das auch tun würde. Ein Zuder hat uns gesehen. Ja, ja, der hat ja auf uns geschossen. Oder hat der die Kuh abgeknallt? Könnte möglich sein. Deck mal kurz meinen Sektor. Ich schaue auf die Karte. Also in der Nähe sehe ich keinen. Ja, ich sehe irgendwie auch nichts. Ähm, weißt du, wo du hingerannt bist? Also du hast irgendwas gesehen, ne? Also ich glaube, ich habe was gesehen. Und ich hoffe, da war auch was, weil sonst... Ja, das wäre dann nicht gut. Ah ja. Also du liegst lieber einmal zu oft hier. Nicht weg, anstelle einmal zu wenig. Lieber ins Gras liegen, anstatt reinbeißen. Ach so, du liegst, ne? Ja, klar. Okay. Ich komme jetzt wieder zurück. Ich habe dich vergessen, anzuzahlen. Also irgendwie sehe ich nichts mehr. Ich glaube, es ist... Aber ich könnte es retten, da ist einer durchgefahren. Das glaube ich dir schon. Komisch. Also wir sind mittlerweile schon so um die 10 Minuten, 15 Minuten am Schauen. Bis jetzt. Ich gehe mal über die rechte Flanke. Okay. Mal schauen, ob der schießt. Ich gehe mich mal hin. Jo. Gib mir etwas Deckung, mal schauen, ob der schießt jetzt. Kommen wir nach? Gut. Wie es aussieht, hat er nicht auf uns gelauert. Sonst hätte er geschossen, denke ich. Ja. Aber ich schaue es nicht. Dieser R ist clever. Äh, wo bist du? Ein bisschen über die rechte Flanke. Aber ich renne jetzt doch nicht da hoch. Oder soll ich? Wollen wir auf Nummer sicher gehen? Nee, nee. Ja. Ich glaube schon. Weil unten hat es auch ein paar Zelte, die wir eben looten wollten. Oder besichtigen wollen. Dann gehen wir zelt zuerst da hin. Jo. Einfach Richtung Güden laufen. Seh dich schon. Oh, wenn das du bist, ne? Jo, das bist du. Ich spiel hier mit. Seh dich. Ich kann ja mal aufstehen und dir meine Kissen zeigen. Und wie du das bekommst. Und dein Big Land, ne? Bitte was? Dein großes Landelst du mir zeigen. Also nicht dein Sackland, ne? Nee, meine Monster mögst du. Guck mal hier runter. Also, ich glaube, wir sind sehr nahe. Wo bist denn du hin? Ähm, ans Meer unten. Also ans Ufer. Warte, ich seh dich. Du bist aber ein Stein, oder? Bist du schon am Meer? Ähm, bald. Auch nicht ganz. Vielleicht um die 150 Meter. Ich stehe nicht, ne? Oder vor der Küste. Da liegst du. Ja. Oh. Ich habe noch die Rechtszeiten gesehen. Echt? Ja. Vielleicht könntest du es ein Bug gewesen sein. Ja, vielleicht. Im Moment sind ja die Bugs hier recht aktiv. Oh, Mensch. Oder ich habe die falschen Filze genommen vorhin. Im Kochen. Könnte auch sein. Ja, ich fühle mich schon ein bisschen schwindelig. Das ist das ganze Witz. Guck, ich bin hingefallen. Brauchst du Painkiller? Nee, nee. Ich muss zum Spritzen. Lass mal weitergehen. Und ich hoffe, hier sind wir jetzt richtig. Come on, baby. Come on. Fail. Sind wir nicht. Auf jeden Fall muss es hier ganz in der Nähe sein. Ach, ich glaube noch Richtung Süden ein bisschen. Okay. Wir küssen. Ich bin immer da hinten abend. Eine schöne Pucht. Okay. Auf jeden. Sieht schön aus. Volle Pulle. Wenn sie uns folgen, dann hätten sie jetzt gelegen. Jetzt noch nicht. Noch nicht Zeit fürs Sterben. Ich glaube, hier vorne war es. Cannot fire. Ja, das ist alles noch da. Hier. Bei mir. Schau mal. Rechts von dir bin ich. Noch mehr? Ja, zu mir. Rechts, rechts. Hier ist die ganze Ware. LOL, aber das ist nicht Spielercamp. Meinst du? Ich weiß nicht. Wo ist es so genau? Wir sind schon ziemlich viel. Schalke denn, Alter, mir geht einer ab, ey. Ja. Ja. Spielzeug. Ja, Spielzeug. Hör mal. Was hier hat es? So, was habe ich? Wir könnten hier noch ein Zelt aufstellen. Also im Zelt hat es ein Zelt. Oder weißt du was? Wir könnten das ganze Zeug auf einem anderen Server verbrachten. Hahaha. Ja, wer weiß. Aber der Wagen geht nicht, ne? Ne, der Wagen geht nicht. Also der Traktor. Aber da kann auch nur einer fahren. Von daher... Wollen wir das verbrachten alles? Ja, wir müssen mal schauen. Im Platz und so. Ja, ne. Ich meine, zwei, drei Durchgänge. Und wo willst du es hinzufragen? Wenn man so fragen darf. Oh, hier hat es... Hier hat es zweimal eine DMR. Nur so zur Info, ne? Hier ist ein bisschen Zelt. Lord, das habe ich gar nicht gesehen. Drei Stück. Ja, schon... Oder eine. Der Loose. Esel. Drei Stück. Ey, Kuhn, es hat drei Stück mit der Feine. Die mehr? Irgendwie... Ja. What the hell? What the hell? What the hell? What the fuck? Alter. Ja, nice. Das wird sicher nicht sauber. Oh, jetzt habe ich zwei Waffen. Das wollte ich nicht. Also ich nehme für mich zwei Waffen mit. Und dem Nachtlichtgerät zweimal. Jetzt auch noch. Night Vision. Oh, der Muffinstick darf natürlich nicht fehlen. Also, gute Muffin habe ich, glaube, genügend. Ne, eine Spritze habe ich. Ja gut. Ja, eine genügt. Jojo, klar. Du eine mitnimmst und ich eine mitnehme. Was nehme ich denn noch mit? Das fühlt sich an wie im... Wie Weihnachten. Ne, wie im... Oh. Oh. Das macht keine Gute. Und wo ist das... Wo ist das Ding drin? Der... Sniperizer? Da... N... 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 B... Und Rangefinder... Was ist... Range... Rangefinder? Äh... Keine Ahnung. Könnte die Gegensuche sein oder so. Sniperizer? Und jetzt bitte... Sniperizer. Und jetzt bitte. Sniperizer. Nochmal. Jetzt bin ich mit dabei. Ich weiß nicht, dasㅋㅋ Wir können sie mit sein. Und jetzt. Das stimmt.